Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Car Truck Studio. Heute war ein fantastischer YouTube Livestream geplant, zusammen mit Christian Grace aus England, der mit uns einige Effekte jetzt schon veröffentlicht hat und auch etwas ganz, ganz Großes plant für die Magic Live Convention, die im August stattfindet. Nun, er hat mich gerade informiert, dass seine Zugverbindung starke Verspätung hat und er nicht rechtzeitig bei sich zu Hause sein kann und auch schon ziemlich angeschlagen ist, weil die Rückreise ihn ganz schön geschlaucht hat. Deswegen hat er mich gebeten, diesen YouTube Stream um eine Woche nach hinten zu legen, also nächsten Montag. Dabei kann er dann auch schon um 19 Uhr mit uns live gehen. Das heißt, es wird dann ein ganz normaler YouTube Stream hier im deutschen Kanal. Also nicht um 8.30 Uhr nächste Woche abends, sondern schon um 7 Uhr, also 19 Uhr abends. Stellt euch bitte einen Alarm, einen Wecker, aber ja, ihr wisst jetzt schon mal Bescheid. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Thema, aber diese Woche fällt leider halt aus. Es tut mir leid. Ich wünsche euch eine tolle Woche und bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.